Hey Lonzo, dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil, ich will etwas Neues, etwas Anderes, etwas Aufregendes. Da hast du Pech, ich habe nur dasselbe wie immer, Plöre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Da mach ich nicht mit, mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Ja, okay, alles klar. Dann haben wir jetzt hier, glaube ich, alles abgeklappert. Ach, warte mal, Dartscheibe. Ich würde gerne mal wissen, ob wir da irgendwie mitmachen können. Ja, ist immer wieder schön. Den Sprengplan, den kennen wir ja auch noch. Ja, mir auch. Für wahr, für wahr. Zum Dorfkern. Aber ich glaube, hier kommen wir ja, ja, okay, alles klar. Warte mal, was haben wir jetzt hier alles Interessantes? Ein Glas. Hm, ein Strohhalm. Können wir damit irgendwas anfangen? Bügel, Schraubenschlüssel, Bart. Ich glaube, mit dem Rattenjunge haben wir noch nicht geredet. Hallo, Rattenjunge. Das ist nicht mein Name. Ich heiße Leonardo, Alfonso, Miguel, García de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge, passt doch. Bei dem anderem Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Quatsch? Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Ratinjunge ist am Start. Warum sind alle so gemeint zu mir? Oh, darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn Sie das Faulobst-Spiel meinen, ich würde wirklich gern, aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobst legen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillennest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirken aus meiner Knöchelregion. Faulobst legen. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Näh, ich hab doch Wenzel. Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobst-Spiel? Faulobst legen. Oh, hach Wenzel. Schön, dich wiederzusehen. Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Wie ich sehe, hast du einen Job in der Klärgrube angenommen. Hast du den Job? Faulobst legen. Das klingt aber gar nicht lustig. Na dann, lass uns spielen. Warum kann der Rattenjunge nicht mitspielen? Hm. Naja, wir begrüßen ihn mal liebevoll. Ach, Wenzel. Schön, dich wiederzusehen. Aber Rufus. Wir haben uns doch gestern erst getroffen. Du wolltest dir eine Trittleiter ausleihen. Am Ende hast du aber meinen Kopf benutzt. Eine kleine Verwechslung. Immer machst du dich über meine Größe lustig. Man muss sich eben auch über die kleinen Dinge im Leben freuen können. He, he. Freuen wir uns doch. Ich hab mich doch auch gefreut, ihn wiederzusehen, die kleine Knutschkugel. Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. So, ja, berichten wir mal ihm das. Mal gucken, ob es ihm interessiert. Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Hm. Lass mich raten. Du hast versucht, nach Elysium zu kommen, bist irgendwo runtergefallen und hast dir den Kopf angestoßen. Mö, falsch. Ich hatte einen visionären Traum von der Zukunft. Dann ist mir ein zauseliger Typ mit einer Zeitmaschine begegnet. Jetzt werde ich von einem rosa Elefanten terrorisiert. Das klingt aufregend. Aber vielleicht sollten wir die Theorie mit dem gestoßenen Kopf noch nicht komplett verwerfen. Hm. Na gut, wie ich sehe, hast du den Job? Klärgrube. Hashtag Klärgrube. Wie ich sehe, hast du doch den Job in der Klärgrube angenommen. Gut so. Ein Mann muss wissen, wo sein Platz ist. Hä? Wie kommst du denn darauf? Der Klärwasser-Bottich, der Geruch und seine generelle Veranlage. Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Das ist kein Klärwasser. Der Bottich gehört zum lustigen Vollobstlegen. Ein Spiel mit einer jahrzehntelangen Tradition. Ihr hättet wenigstens mal das Wasser wechseln können. Ja, Vollobstlegen, das klingt gar nicht lustig. Nur lass uns spielen. Hm, 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 hm. Warum kann der Rattenjunge nicht mitspielen? Weil er noch zu klein ist, sprach der Gartenzwerch. Ich wusste erst, dass er da auf ihn aus will. Faulobstlegen? Das klingt aber gar nicht lustig. Eher so, als sollte da jemand ein dickes Buch mit aufs Klo nehmen. Es ist ganz einfach. Jeder Spieler versucht als erstes, drei Früchte seiner Sorte in eine Reihe zu legen. Ohne Handschuhe? Da bekommt man ja schon Pusteln vom Hinsehen. Ja, das größere Problem sind die Ratten. Die Viecher sind einfach verrückt nach dem Faulobst. Igitt, igitt. Warum sollte irgendjemand da mitspielen? Weil der Gewinner ein kaum gebrauchtes Reicheltjäger-Diplom aus dem Nachlass des Vorjahres-Champions erhält. Darum ist das Spiel auch ab 18. Naja. Und weil jeder Teilnehmer automatisch an der Erwachsenen-Tombola teilnimmt. Unter dem Infektionskrankheiten-Olet. Ha. Faulobst. Klingt eigentlich lustig. Klingt eigentlich doch relativ lustig. Na dann, lass uns spielen. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Hä, ich dachte ich kann, lass uns spielen. Hm. Vielleicht können wir ja mit den Zeitreisen, vielleicht können wir ja den Rattenjungen älter machen. Na gut. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobst-Bottichs an. Aber mit den Gegenständen, da können wir ja glaub... Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Hm. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was, was machen sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Ah. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und wehe, du verkriechst dich in der Kanalisation. Ah. Hm. Entweder fehlt hier der Zapfhahn. Ah. Oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Ah. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Der Ansatz. Hm. Entweder in beiden Fällen... Okay, alles klar. Das bringt nichts. Zapfhahn. Zapfhahn. Hashtag Zapfhahn. Merken wir uns mal. Aber der Bart. Hm. Gegen den Rattenjungen. Da haben wir einen Gegner. Und dann können wir uns das Diplom holen. Klingt in der Theorie schon mal nicht schlecht. Aber... Die zweite Frage ist natürlich, ob das alles so klappt. Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrasht ist. Hm. Einen Bügel. Hä, hä. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gewasst. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Schade. Hätte ja sein können, dass der den da mit rauspolken könnte. Was? Was geht denn da immer? Was fliegt nochmal runter, wenn ich das Inventar aufmache? Es stimmt wohl. Was? Wenn dir das hast, du eine Kartoffel. Schade, den Pfannen, wenn er den hat. Den... Das wäre natürlich nicht schlecht. Tja, mehr haben wir nichts, was irgendwie halbwegs Sinn ergeben würde. Warte mal. Bügel. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Den kriege ich gerade nicht. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Ich kriege ihn nicht. Ich kapiere ihn gerade nicht. Füllobst legen. Naja gut, alles klar. Dann müssen wir da irgendwie nochmal zurück. Das ist mit den Lichtern. Das ist natürlich auch klasse. Ey, spielen die ja? Oh. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi. Rudi. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Okay, alles klar. Kartoffeln auf den Ohren. Hm. Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Spucke spielen soll. Okay, alles klar. Äh, das kennen wir schon. Dartpfeil. Hm. Ach, den Dartpfeil können wir bestimmt für die Pistole nehmen. Aber warte mal. Wir würden ja denn eigentlich... Ach nee, stimmt. Mit dem Diplom baut er uns ja erst mal nur so ein... So eine Gerätschaft zusammen. Warte mal, was braucht denn er nochmal alles? Äh, Hochpräzisions... Boah. Hm, 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 hm. Achso. Warum lässt du die Jungs nicht einfach ihren Hits spielen? Weil die Nerven sägen ihn schon den ganzen Tag schrammeln. Oder weil er ein bonnierter Provinzpolit ist. Das hab ich gehört. Ach, das hört er. Aber für Hochkultur ist der Affe taub wie ein Toastbrot. Hey! Ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ich dachte, das sagt man so. Die dümmsten Bauern. Hm, etc. Ja, okay. Den Rest haben wir schon. Präzisions. Ach, bitte. Dann zeig mir... Okay, alles klar. Na, dann müssen wir nochmal gucken. Ich würd gern mal wissen, was auf der Agenda stand. Was zum Bau des Präzisionsrohrs gebraucht wird. Ach, alles klar. Hier kommt man wieder zum Rohr. Okay. Dann hab ich jetzt erst mal zum Glück eine Übersicht. In den Ballon. Hm. Ofenklappe. Ich hab hier aber gar nicht reingeguckt. Hm. Das Feuer ist da. Ach, okay. Alles klar. Das ist das eine. Ein Gadget. Aber was kann ich denn da machen? Strohhalm, Glas, Bügel, Schrauben, der Knickerfohr, ihr Bart und Dartpfeil. Ja, mehr können wir hier drin nicht machen. Aber die Musik ist cool. So. Na gut. Gehen wir erst mal raus. Und Minfrendo. Können wir hier irgendwie noch was aufheben? Schilder, Seil. Hm. Ich frage mich, was passiert. Oh nein! Oh oh. Was ist denn jetzt? Verdammt. Der Ofen ist ja noch aus. Ach, der Ofen. Stimmt von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Nee, hat keiner gesehen. Außer ich. Außerdem wollte ich doch Tony. Und einen Zuschauer. So, Schrottbeutel. Den Ofen müssen wir also ankriegen. Aber wozu ist denn das Seil hier? Verstehe ich gar nicht. Das war ja Schilder. Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Ah, das könnte vielleicht sein für den Elefanten. Um ihn dann hier unten in die Plorez oder in den Ofen zu stecken. So. Hier war unser Friend, Korbel und Kronokar. Wollen wir noch mal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Stimmt. Lassen wir uns lieber noch einen Augenblick warten. Stimmt. Lass uns lieb. Ich hasse mich. Okay, alles klar. Äh, die Tür hier war zu gewesen und ich glaube, das bleibt auch zu. Oh, da hinten ist Elysium. Wie jetzt? Bernard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signale. Regnale Raketen. Okay, alles klar. Oh. 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 Oh, ich muss mich mal kurz fangen. Eine Maschine, die nichts tut. Na, die darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Oh, je, je, je. Oh, ich hasse Reizhusten. Vor allem, weil das dann immer kein Ende findet bei mir. Na gut, zur Kreuzung. Hier war unser Tuck gewesen. Nach Kuh weg und hier geht's wieder zum Ballon. Huhu noch mal. Ich finde ein Weg, dass du dich erinnerst. Aha. Ich sollte vielleicht mehr Chronik. Ach, okay, alles klar. Ich muss noch mal. Stimmt. Bleib senken. Wöch. Darauf, da würde ich ja noch mal hin. Zu Mr. Chronicle. Na, dann sprich mal mit unserem Howdy-Kollegen. Hey, Mac. Hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als Ja. Wie kommt es, dass wir uns nach Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du, dein Alu-Mut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Alu-Platte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapult-Plan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Ah. Hauptsache, es funktioniert, oder? Ja. Stroh. Der, das musste nicht eingesetzt werden. So, wie funktioniert das gleich mit der Erinnerung? Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Alu-Hut. Ach, okay, alles klar. Du hast es mir schleierhaft. Die Wege des Rufus sind unergründlich. Ich muss dringend diesen Elefanten loswerden. Okay, das hatten wir schon. Hm. Man sieht sich, früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Ja, beides nicht ausgeschlossen. Das heißt, wir brauchen Stroh und Aluminium. Und dann kann sich der gute, der gute Herr sich wieder daran erinnern. Der Tuck. Nach Kuwek. Tippeldi, tippeldi, tapp. Aber natürlich kommt die Frage, wo wir das alles herkriegen. Ins Dorriff. Und hier haben wir zum Stadttor und wieder... Was zum Tunnel? Ach, hier sind wir. Sprengtunnel. Lonzos Kneipe. Das ist immer eine gute Frage. Ähm, Schraubenschlüssel. Wachsschublade. Das brauchen wir auf jeden Fall für den Bart. Und der Bart... Den geben wir dann dem Kleinen. Bügel, Bügel, Strohhalm. Warte mal, ich geh mal noch mal noch kurz nach da hinten. Moment, so. Und hier unten an das Nilboot. Ach, da muss er hingehen.